Ich habe mich entschieden, Diago. Ich werde Michael Cassio besetzen. Was meinst du? Was meinst du? Er ist sicher eine gute Wahl. Wirklich? Ja. Ach, ich denke mir, dass du dir deine Entscheidung gut überlegt hast. So gut ich kann. Muss ich mir jetzt denken, dass meine Entscheidung, Michael Cassio zu besetzen, eigentlich nicht meine Entscheidung war? Würdest du dich tatsächlich von mir beeinflussen lassen, wenn du nicht überzeugt davon wärst, dass er ein guter Sänger und die richtige Besetzung für den Cassio ist? Was ist das für eine Scheiße, Diago? Der Typ kotzt mich langsam an. Seit wann ist er überhaupt in New York? Und wer ist dieser, dieser, dieser Louis? Louis, der die beiden zusammen gesehen hat. Louis ist ein Freund von mir. Ich dachte, das weißt du. Seit drei Tagen habe ich nichts mehr von ihr gehört. Angeblich ist ihr Handy kaputt. Das hat sie mir auf Band gesprochen. Komm, bitte beruhige dich, Othello. Ja? Du hast gemeint, du würdest dich melden. Ja, ich hätte dich angerufen. Aber wann? Ich habe sehr viel gearbeitet. Ich weiß, aber ich muss mit dir reden. Ich möchte, dass du mir erklärst, was geschehen ist. Was ich dir getan habe, warum du mich nicht mehr haben willst. Uns Böses tun heißt nur, uns Böses lehren. Das bist nicht du. Das ist Emilia. Ach ja? Aber mir geht es nicht um Rollen, Othello. Mir geht es um dich. Warum hast du nicht mit mir geredet? Ich hätte dir nicht geglaubt. Was? Es ist unser Schicksal. Nein. Es ist unsere Lüge. Wenn wir uns nicht vertrauen, werden wir... Es ist unser Schicksal. Untertitelung des ZDF, 2020